Es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie. Sie sind erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exviltration, Spezialeinheit. Exviltration, Infiltration, Infiltration, Spezialeinheit. Zwei Löwen, Infiltration, Beispiele, Infiltration, Spezialeinheit. Wo ist hier? Was? Schauen Sie mich an. Nein, 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 verstehe andere. Es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihre Ruiden, also... Mein Angebot steht. Ich will nur den Quot. Es ist Zeit, das Imperium. Gehen Sie mich nicht mit, wenn Sie im Hotel haben. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ 626. 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 Z626. VZ 726. VZ 626. Lachen an das Symbol, wo dieser Saft-ID-10 mit einem Elektro-Schutz versagt ist. Nicht so, solange der LED-10 aktiviert ist. Die Finger von mir! Sie sind so gut gehört, dann nimmt der ID-10 gar nichts. Ich las mich nicht einfach in Ruhe überarbeiten. Verstanden. Ich werde schweigen, bis wir diese Katastische-ID-10-Einheit herzuzelt haben. Ah, okay! Haha! So, ich muss hierhin... Oh, ich muss hierhin... das ist es ja das lüftungssystem erst mal gucke ich hier rum und dann erst mal ein hallo und herzlich willkommen zum neuen let's play star wars battlefront 2 Ich habe so bock auf das spiel 2 sind noch mehr großen das lüftungssystem ja wo ist denn das lüftungssystem ich gehe davon aus dass oben wäre irgendwo da habe ich ihn geschockt weg da wo ist dieses scheiß lüftungssystem bin ich jetzt bekloppt ach da ok dddd vorgegen gefahren geflogen ruhig norma Tarnung. Ordnung sei gestillt, der Rebellen führt eine Anwesenheit da, wenn sie aufleuchtet, sie alarmiert, okay. Ah, ja. Ich kann ihnen keinen Stromschock geben, ladet ihr auf, Junge. Äh, okay. Abruf da. Warum ist sowas hier? Okay. Hallo. Hallo. Ah, wow. Scan, drücke, L1 nennen. Ah, das ist natürlich cool. Ah, ja, 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 ja. Ich muss da was hacken. Ich muss da was machen. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Das ist Zeit. Ich will sie schocken. Ist noch nicht genug aufgeladen. Ah, zurück. Wo muss ich denn da hin? Geht's nochmal weg? Ich muss da glaub ich rein, irgendwie. Ja. Okay, ja, ja. So. Es sah ja jetzt nicht so aus, dass ich so durch kann. Aber ich hab's trotzdem geschafft. Ich bin durchgekommen. Äh, ich bin auch ganz nah. Da bin ich. Gutes System. Gehen wir wieder. Abenteuerhaft, können Sie mich? Laut und deutlich, Commander Bersi. Genau zur richtigen Zeit. Bin unterliegst zu Kommunikationsentrag. Abbestausch da. Sobald gestrungen in der Höhe nachricht zerstört ist, vorwahrlich die Siltration ab. Oh, wie konnte ich denn... Hä? Was konnte ich denn... Ich konnte nix machen. Kann sie nicht schlagen oder sowas? Da hab ich zum ersten Mal gestorben. Achso. In Hocke gehen. Ah, klar. Bewegt dich geräuschlos. Hätte auch mal lesen sollen, ne? Hey, jetzt hat er... Jetzt hat er... Jetzt hat er einen Helm auf. Ah, alles klar. Verrückter Hund. Droidenschock. Schock eliminiert Gegner. Wenn nur... Blablabla. Schadenfuß aus. Kopfschüsse erzielt. G-ge-geil. Alles klar. Schadenfuß aus. 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 Dunkel. Schadenfuß aus. Was ist der Fall? Nehmen wir endlich zum Hinweis. Wir schauen uns jetzt mal. Oh, was denn... Eine Frage. Herr, weil wir das sind... Schadenfuß aus. Schadenfuß aus. Sie wissen nicht, was Sie auf M.O. erwartet. Ja. Bewaffnen. Ja. Ja. Ah, cool. Ich nehme mal die Bärse. Ego, ne? Hack das mal. Es ist so weit. Deswegen nehmen Sie alles aus uns und zum Rennstärklappler. Soll auf. Bam! Bam! Ich kann nicht ausgehen. Ach! Bam 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 bam! Schock immer. Oh, dann noch eine. Ach so, gedrückt halten. Piepup, piepup. Stepp doch mal. Stepp! 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 Die Kontrollfehler. Schließ. Alles klar! Achso, ich soll... Ah, ist klar. Ja, gut. Woah! Wooh! Ah! ich weiß nicht ah nein ich weiß nicht warte ich du bist ja fein ff 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 warte die fröhliche ff 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 Ah, das ist ja geil. Kann ich nicht mehr! Verstands. Commandant. Leitlinienk repräsentiert. 1 2 1 Super geil. Ja, da war es Battlefront 2. Ja, da war es Battlefront.